Mahlzeit. Wir sind hier mit dem Herbert unterwegs. Wollen mal gucken was die kleine Kiste so drauf hat. 60 PS. Leergewicht ungefähr 800 Kilo. Ja und stehen hier schön in der Matsche und wollen den gleich mal ein bisschen richtig geben. Wir müssen heute ein bisschen Holz abholen. Also richtig Arbeit für ihn. Ja und wollen gleich mal gucken was so geht. Ja und wollen gleich mal gucken. 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 Ja.